Frank Dental – Technologie vom Tegernsee Die Familienmanufaktur Frank Dental wurde 2004 gegründet. Inspiriert vom Handwerk am Tegernsee. Unter Verwendung hochwertigster Rohstoffe. Produziert Frank Dental Bohrer und Schleifkörper für Zahnärzte und Zahntechniker. Dabei legt Frank Dental großen Wert auf Präzision, Einhaltung sämtlicher Hygienevorschriften und einer 100%igen Endkontrolle. Die Stärke von Frank Dental ist die Realisierung eines neuen Produktes in drei Monaten. Von Kundenidee über die technische Zeichnung bis zum fertigen Endprodukt. Frank Dental möchte, dass Sie im Arbeitsalltag durch Effizienz, hohe Schneid- oder Abtragleistung oder Perfektion bei Oberflächenstrukturen beste Arbeitsergebnisse erzielen. Wir schenken Ihnen Zeit. Bei uns dreht sich alles um Sie. Frank Dental – Überblick behalten, Zeit sparen, Persönlichkeit schätzen, Spaß haben. Das war in den Gegensatz für 20